Ich schätze, ich sollte zunächst meine Arbeit näher erläutern. Als allererstes benötige ich für meine Forschung eine Leiche. Der talentierte Medizinstudent der Universität London und seine abartigen Interessen. Unerlaubte Wiederbelebung von Leichen und Benutzung illegaler Necro-Ware. Du hast viel erreicht in so kurzer Zeit. Ich bin beeindruckt. Glauben Sie, ich hätte nicht damit gerechnet, geschnappt zu werden? Lass uns eine Vereinbarung treffen. Viktors Notizen könnten durchaus real sein, Friday. Sie könnten sogar deine Theorie bestätigen. Finde mehr heraus über das Königreich der Toten und stelle Viktors Notizen sicher. So lautet deine Mission. Kann er etwa sprechen? Sag mir, wie heißt du? Sprich mit mir! Los, sag mir deinen Namen! Du warst auf der Suche... Erhöre mich, Thor's Babbit! Verfolgen Sie den Augen... ...nach den Notizen und einer Seele. Und verraten Sie mir das Geheimnis der Seele. Erlöse die gesamte Menschheit! Jetzt liegt es an dir! Doch das Schicksal leitete dich auch umwegen hierher. Versprechen Sie es mir. Die Zeit ist gekommen. Und das Ergebnis ist das hier. Versprechen Sie mich. Ich Untertitelung des ZDF, 2020